Hallo und herzlich willkommen zu There is More, Ashikas Podcast, dein Podcast für mehr Bewusstsein, Musik und die Stimme deiner Seele. Heute beginnt der Podcast mal mit einem ganz anderen Hintergrundklang als gewohnt. Das liegt daran, dass heute das Thema ist Gemeinsam singen für den Wandel und ich habe mir die wunderbare Clara Schiebeck eingeladen, die auch mit dieser Absicht unterwegs ist, Menschen zusammenzubringen und gemeinsam zu singen. Du erfährst in dieser Folge auch über ihr Projekt den Chor des Wandels und auch über mein Chorprojekt One. Und ganz am Ende bekommst du hier dieses wunderbare Loslasslied, was du schon im Hintergrund hörst, als Ganzes geschenkt zum Mitsingen. Freu dich also auf dieses Gespräch und den Song. Liebe Clara, so schön, dass du hier bist. Danke für deine Zeit, dass wir uns heute austauschen zu diesem Thema Gemeinsam singen für den Wandel. Du bist mir vor ein paar Wochen über den Weg gelaufen oder es ist mir eine Nachricht zugeschickt worden von einer lieben Freundin, wo drin stand, dass eine Clara, in dem Fall du, ein Chor des Wandels gründet und dass das irgendwie, ja, und ich hatte total den Impuls, da einfach mal zu schauen, was das denn ist und wer du bist, weil ich ja auch in dieser Art und Weise unterwegs bin, auch mein Chorprojekt habe, was in die ähnliche, ja, sag ich mal, der ähnliche Beweggrund zugrunde liegt. Und deshalb habe ich dich eingeladen, dass wir einfach darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass wir in dieser Zeit uns zusammenfinden und gemeinsam singen. Schön. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. So, gerne. Vielleicht magst du einfach nochmal von dir erzählen, wo du herkommst, was so deine Ausgangslage ist und wie bei dir der Ruf da kam, dass du diesen Chor gründest. Ja, also Musik spielt einfach in meinem Leben schon immer eine sehr, sehr große Rolle und auch das Singen. Ich habe vor allen Dingen mit meinem Papa, aber eigentlich mit der ganzen Familie früher sehr, sehr viel gesungen und ich wusste immer, es hat irgendwie eine Menge mit meinem Leben zu tun, das Singen und vor allen Dingen auch das gemeinsame Singen. Ich habe früher im Chor gesungen und habe da immer schon gespürt, wow, was für eine Freude es einfach macht. Ich glaube, das ist so, ja, der Hauptpunkt, diese Freude, die es in mir ausgelöst hat, mit anderen gemeinsam zu singen. So, und ja, dann habe ich eine ganze Zeit lang immer so für mich auch viel Musik gemacht. Und dann war aber irgendwann der Impuls sehr stark, aber ich möchte irgendwie im Chor singen oder mit anderen Menschen gemeinsam singen, regelmäßig. Und es hat sich irgendwie nicht so richtig ergeben. Also so ein Chor, ich war kurz dann nochmal in einem Chor. Es hat mich aber alles nicht so abgeholt. Also es war nett, aber es hat mir nicht gereicht. Also ich habe so gemerkt, okay, mir fehlt da noch was. Und dann habe ich einen Anlauf gestartet hier in dem Dorf, in dem ich gerade lebe. Und es hat, also einen Anlauf, einen Chor zu gründen. Und es hat nicht funktioniert. Also es war irgendwie nicht diese Begeisterung da. Beziehungsweise habe ich mir, glaube ich, auch was anderes vorgestellt. Und es ist auf jeden Fall nicht zustande gekommen so. Und jetzt kam, ja, vor drei Wochen tatsächlich, ist dieser Ruf, ja, ich will mal sagen, vom Leben, oder ich bin vom Leben gerufen worden. Also es war wirklich ganz spontan, dass diese Gruppe oder diesen Chor, den ich gegründet habe, dass der ins Leben gekommen ist, durch einen Impuls von einer oder von ein paar Frauen, die in einer Gruppe, in der ich bin, einer Telegram-Gruppe, geäußert wurden. Da wurde dieser Wunsch geäußert. Ah, lass uns doch gemeinsam singen. Und ich hatte vorher in dieser Gruppe schon mal kurz diese Vision erwähnt. Ich würde gerne ein Chor des Wandels gründen. Und dann kamen wir darauf und, ja, es war wirklich so, jetzt, jetzt ist es soweit. Und ich habe eben eine Telegram-Gruppe gegründet, Chor des Wandels, und habe zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, es kommen vielleicht einfach ein paar Menschen dazu und mal gucken, was draus wird. Aber ich habe mir keine Vorstellung gemacht. Und dann wurde mir ziemlich schnell in den darauffolgenden Tagen klar, dass das was sehr, sehr Großes sein soll. Also, dass das Leben da was sehr Großes vorhat. Es kamen einige Menschen dazu. Mittlerweile ist die Gruppe, sind das so knapp über 200 Leute in dieser Gruppe. Und es sind so viele Menschen auf mich zugekommen, die die Kraft gespürt haben von dieser Gruppe oder von dieser Vision, einen Chor ins Leben zu rufen, der, ja, der neu ist, der anders ist als das, was wir bisher kennen. Und es hat sich schnell herausgestellt, es sind Menschen dazu gekommen, ja, aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und darüber hinaus, die einfach diesen Wunsch haben nach Gemeinschaft, nach einer anderen Form der Gemeinschaft, nach gemeinsamen Singen, nach Wahrhaftigkeit, nach einer Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig wirklich halten und einander wohlwollend entgegenstehen. Und, ja, das wächst gerade enorm schnell. Ich habe keine Ahnung, wo es hinführt. Und das habe ich auch, oder sage ich auch immer wieder, ich spüre den Ruf, diesen Chor zu beleben, diesen Chor irgendwie die Welt zu tragen. Was es ist, das weiß ich noch gar nicht, weil das zeigt sich im Prozess. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass es einfach so wachsen darf, wie es wachsen will, dass sich das so entwickeln darf, wie es einfach will, von innen heraus. Ja. Genau. Du sprichst sowas an, das ist, finde ich, auch so wichtig, dass wir uns neu, ich weiß nicht mehr genau, wie hast du es formuliert, aber dass wir uns neu begegnen, also dass eine neue Form von Miteinander singen als das, was man früher kannte, was ein Chor ist oder was ein Kirchenchor ist oder was für Repertoire auch man gesungen hat in solchen Formationen, weil ganz viel war ja da auch, sage ich mal, schwere Literatur, die man vielleicht in solchen Chören gesungen hat. Und dass jetzt wirklich wir Gruppen sich formatieren, die eben aus einer ganz anderen inneren Überzeugung noch, also noch dazu. Und das ist ja das, was das Ganze erst so vervollkommt, so empfinde ich das. Genau, ja. Weil Singen an sich, und das spürt ja jeder, es öffnet einfach das Herz, es bringt uns in die Freude, in die Lebensfreude, es verbindet uns miteinander. Und wenn wir dann noch schauen, dass die Botschaft dessen, was wir singen, eben übereinstimmt noch mit unserem Inneren und mit dem, wo wir hin möchten, was unsere Vision ist, was kann dann alles entstehen? Genau, ja. Ja, das hat eine Riesenkraft. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass es übereinstimmt, so wie du sagst, also dass es wahrhaftig ist. Denn Texte können noch so schön sein, wenn wir sie nicht spüren können, dann sind es einfach nur Texte. Aber wenn wir sie fühlen und wenn sie von innen heraus, aus uns heraus strömen, dann ist die Power einfach so, so groß. Dann, ja, das ist auch so das Herzstück oder, ja, das Wichtigste, finde ich, für mich auch in diesem Chor des Wandels, diese Wahrhaftigkeit, dieses Ja, wir singen aus uns heraus. Und es kann auch sein, dass wir, dass uns Texte begegnen, die vielleicht noch nicht mit uns übereinstimmen und auch da innerlich in den Wandel zu gehen, also zu sagen, was ist in mir vielleicht auch noch blockiert oder welche Glaubenssätze trage ich in mir, welche Ängste, welche Zweifel, also dass wir auch damit da sein dürfen und da auch ein Wandel passiert, auch durch das gemeinsame Singen. Ja, und dass man sich wirklich auch mit dem Text auseinandersetzt oder mit dem Text verbindet, dass man nicht einfach nur das irgendwo abliest und sagt, der Text steht halt so geschrieben und jetzt singe ich das eben mal so, sondern dass man wirklich schaut, was sagt es denn tatsächlich aus und wie verbinde ich mich mit der Botschaft, wie kann ich, also wenn ich etwas meine Stimme verleihen möchte, dann sollte es doch auch etwas sein, mit dem ich mich verbunden fühle. Dass es nicht nur was ist, was ich kopiere oder übernehme, weil es mir so gesagt wurde, sondern wie kann ich mich tatsächlich damit verbinden. Und wie du sagst, wenn du spürst, ich kann es noch gar nicht fühlen, dass man dann einfach in sich hineinschauen darf und wahrnehmen, warum, aber welcher Widerstand zeigt sich. Genau. Ja. 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 Du schreibst auch selber Lieder. Mhm. Wie lange machst du das schon? Also mein erstes Lied habe ich mit 15 geschrieben, 14 oder 15. Damals noch auf Englisch, weil ich dachte, Lieder werden halt auf Englisch geschrieben. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, das geht irgendwie nicht. Ich kriege die Nähe zum Text nicht, weil es nicht meine Muttersprache ist. Und dann habe ich angefangen, ja, so mit 20, habe ich relativ viele Lieder geschrieben. Ich habe viel verarbeitet über meine Geschichte geschrieben, über die Trennung meiner Eltern und all so Dinge und habe gemerkt, okay, da war es wirklich ein Mittel für mich, um meine Erlebnisse zu verarbeiten, um sie nochmal irgendwie so auf den Punkt zu bringen. Und tatsächlich, zum Beispiel mit der Trennung meiner Eltern war es tatsächlich damals so, dass als ich das Lied geschrieben hatte und ich hatte es auch aufgenommen, da hatte ich das Gefühl, der Schmerz war durch. So. Also es hat mir wirklich sehr geholfen. Und ich habe dann immer wieder Lieder geschrieben und jetzt mittlerweile hat es sich aber ein bisschen verändert. Also klar, die Lieder haben sich stark verändert im Inhalt auch. Und jetzt würde ich eher sagen, ich empfange diese Lieder. Ich schreibe die gar nicht unbedingt selber, sondern sie kommen einfach plötzlich. Manchmal ist plötzlich ein Text da oder plötzlich eine Melodie da und ich schreibe es auf. Und ich warte auch immer auf diesen Impuls. Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich muss jetzt ein Lied schreiben. Das funktioniert auch nicht für mich. Sondern sie kommen einfach, wenn es Zeit ist. Ja. Genau. Ganz genau so bei mir auch. Hm, schön. Wie du beschreibst, ich habe einmal so den Moment gehabt, wo ich wirklich mich komplett wie innerlich ausgeleert habe und gesagt habe, ich weiß doch überhaupt nicht, was ich schreiben soll. Ich habe keine Ahnung. Bitte übernimm du das. Also nach oben einfach ausgerichtet. Und ja, wie du sagst, entweder es kommt was oder es kommt nichts. Genau. Und das ist so schön, weil man ist so frei darin. Ja. Man hat nicht den Druck. Das Ich hat nicht den Druck, ich muss was leisten oder ich muss einen Song schreiben oder so, sondern einfach, ja, komme oder komme nicht. Genau. Ja. Und auch das, finde ich, ist ein Prozess. Also eine Zeit lang habe ich dann auch gedacht, ah, jetzt ist doch schon das halbe Lied fertig, jetzt muss ich doch irgendwie da dran weitermachen, das muss doch jetzt fertig werden. Und dann eben zu sagen, okay, es muss hier überhaupt gar nichts. Und manche Lieder liegen auch einfach eine Weile. Und dann plötzlich begegnen sie mir neu und ich merke, ah, okay, das hat noch gefehlt, damit das Lied fertig werden kann. Also auch da dieses Vertrauen, die Hingabe an den Prozess, an das Leben selbst, was in dem Moment durch uns fließt. Also das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt irgendwie. Ja. Absolut. Bei mir war es dann noch so mit dem Thema Englisch. Also mein Mann ist ja aus der Türkei und wir sprechen Englisch miteinander. Das heißt, bei mir ist es total, ja, für mich ist es Alltagssprache. Und ich hatte irgendwann, noch bevor ich ihn kennengelernt habe, war ich schon viel in der Türkei und hatte viele internationale Freunde. Und dann hatte ich irgendwann den Wunsch, meine ganzen Lieder, die auf Deutsch waren, zu übersetzen, damit jeder anfangen kann, das zu verstehen. Und bei dem Projekt, was jetzt bei mir ansteht, dieses Projekt One, da ist es eben so, dass die Sprachen gemischt sind. Also sowohl Deutsch, Englisch als auch Sanskrit. Weil das Motto von dem Ganzen ist ja One, die Welt ist eine Familie. Und es kommt eben aus diesem Sanskrit Vasudeva Kutumbakam, heißt es. Und das heißt eben, die Welt ist eine Familie. Es kommt aus den Upanishaden, also aus den heiligen Schriften. Und so hat sich das irgendwie mir gezeigt, dass ich das so für die ganze Welt sozusagen zugänglich machen kann. So schön. Toll. Ja. Ja, und ich glaube, im gemeinsamen Singen ist genau das, was du sagst. Die Welt ist eine Familie. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Wir sind eins. Ich finde, das ist im Singen so, kann so spürbar werden. So deutlich. Da brauchen wir nicht mehr vom Kopf das versuchen zu verstehen, was bedeutet das und wie geht das. Sondern es ist einfach spürbar am ganzen Körper. Aber so. Absolut. Man verbindet sich auf einer ganz anderen Ebene miteinander. Ja. Die Ebene jenseits von Verstand, jenseits von Kategorisieren. Ja. Einfach, ja, Musik ist beyond von Schubladen. So. Genau. Ja. Ja. Hm. Ja, ich denke das auch mal, wenn ich wirklich, also wenn ich singe und wirklich da bin. Also im Singen kann ich eigentlich nur da sein. Also ich kann nicht gestern sein oder morgen. Wenn ich singe, bin ich ganz da. Und das ist auch das, was mich so begeistert am Singen. Wenn ich singe, dann bin ich einfach nur noch. Und ich, genau. Es gibt keine Schubladen mehr oder keine großartigen Gedanken oder so, sondern ich bin einfach nur und singe einfach nur. Ja. Ja. Es darf einfach fließen. Hm, genau. Ja. Ihr hattet jetzt euer erstes Chortreffen. Hm. Und das hat ja auch, wurde ja auch online übertragen. Vielleicht magst du noch ein bisschen teilen, wie das empfunden wird, weil das wird ja jetzt, also es wird ja einfach gerade immer aktueller, dass halt viel mehr online stattfindet. Und wir uns auch online verbinden, gerade aus dem Grund, dass, ja, die Menschen, die mit diesem selben Spirit jetzt auf der Erde sind, die sind ja nicht unbedingt lokal alle auf einem Ort, sondern sie sind wirklich verteilt. Und wir, es ist ein Segen, dass wir online haben, dass wir es nicht so verbinden können. Ja. Genau. Und jetzt gibt es aber oft so diese Frage, ja, singen zusammen und online, es geht ja nicht oder so. Wie wurde das empfunden oder wie hat das geklappt bei eurem Treffen? Also klar, für manche ist es sicherlich erstmal eine Schwierigkeit oder stellt erstmal so eine Herausforderung dar oder so ein Fragezeichen, wie soll das gehen? Und wir haben bei diesem Treffen, gab es ja die Kombination aus Menschen vor Ort und eben online. Und das finde ich eine schöne Kombination und das empfinde ich auch als riesiges Geschenk, dass wir jetzt online Menschen eben dazu holen können. Und dadurch, dass Leute vor Ort waren, gab es natürlich auch einen Klang. Also wenn wir singen, gibt es den Klang. Das heißt, die Menschen zu Hause vor dem Computer können sich ja mit dem Klang verbinden. Das heißt, sie können ihre Stimme mit reingeben und hören den Gesamtklang. Natürlich hören wir die Person nicht. Das ist natürlich nicht möglich. So, wer weiß, was da noch kommt. Noch nicht vielleicht. Genau, wobei das weitergeht. Aber es ist, finde ich, trotzdem möglich, dass die Menschen zu Hause sich wirklich mit dem Klang verbinden. Und mir ist auch wichtig, wirklich immer wieder zu betonen, dass wir eine Gemeinschaft sind, egal wo wir sind. Und dass Verbindung keine Zeit und keinen Raum kennt quasi. Und dass wir uns auch da gut verbinden können. Also ich glaube, diese Kombination, die macht es ganz spannend irgendwie. So, weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich so einen klassischen Online-Core, sage ich mal, leite und gucke und damit den übe. Das ist jetzt auch nicht so meine Aufgabe, glaube ich. Aber die Menschen wirklich vor Ort, da in Verbindung zu gehen und dann das zu öffnen und mit den Menschen, die eben noch dabei sein möchten, da auch in Verbindung zu gehen. Und das klappte wirklich ganz gut. Also ich hatte das Gefühl, das war eine gute Möglichkeit. Und das war jetzt das erste Mal so. Ich habe ja noch nicht viel Erfahrung damit, aber ich glaube, das kann wachsen und das kann ganz, ganz schön sein. Ja. Und Menschen, die sich dann wirklich gerufen fühlen, die können natürlich auch dann zu den Live-Treffen kommen. Es waren auch wirklich jetzt schon Leute dabei, die wirklich eine weite Anreise hatten. Und ich dachte, wow, ja. Aber wenn der Ruf da ist, dann ist auch die Entfernung nicht so. Es ist auch kein Hindernis, kein Weg zu weit. Genau. Meine Erfahrung ist auch, dass es so wichtig ist, also wenn wir einfach spürig sind, dann spüren wir ja auch die Energie von Gruppen oder von Verbindungen. Und dann ist es gar nicht so wichtig, ob wir gemeinsam im Raum sind oder ob wir nur in Anführungszeichen online verbunden sind, weil die Energie so oder so mit uns ist. Und wir können auch Zeremonien miteinander machen und ihr könnt am Feuer sein und ich kann in meinem Zuhause in der Türkei sitzen und ich kriege genau die Energie mit, wenn ich einfach mich dafür öffne. Genau. Und das finde ich so wundervoll. Und auch wiederum eine Aufgabe, wo man sagt, ja, es ist jetzt wirklich dran, mich für die Energien zu öffnen, da ins Spüren zu kommen und auch zu verstehen, es gibt so viel mehr als das, was wir sehen und was unser Körper ist. Sondern es gibt noch dieses Feinstoffliche und wenn wir anfangen, damit in Kontakt zu kommen, dann verändert sich ja auch unsere komplette Wahrnehmung. Ja. Ja, ich habe eine totale Gänsehaut bekommen, als du jetzt gesprochen hast. Ich empfinde es auch so, genau, wenn wir uns wirklich so in uns hineinfallen lassen und ins Wahrnehmen kommen. Ja. Und das verändert alles. Und wir sind alle so viel mehr, als wir, als unser Kopf oder als wir vom Verstand vielleicht irgendwie denken oder bisher gehört haben über uns. Da ist so viel mehr. Ja, genau. Ja. Ja. Vielleicht nehmen wir unsere Zuhörer noch ein bisschen mit in das, was jetzt kommt oder was wir auch so ein bisschen angedacht haben. Also es steht ja noch ein bisschen in den Sternen, aber man darf es trotzdem einfach schon mal aussprechen, weil daraus wird ja dann meistens auch wieder was entstehen. Also als Clara und ich zum ersten Mal miteinander gesprochen haben, da habe ich ihr einfach auch von meinem Projekt erzählt und sie hat von ihrem Projekt erzählt. Und dann haben wir einfach gemerkt, wir haben da so eine ähnliche Grundlage von, dass wir die Menschen zusammenbringen zum Singen und dass diese gemeinsame Botschaft und das sich verbinden dabei im Vordergrund steht. Und bei mir steht ja schon fest, dass nächsten Mai, am 13. und 14. Mai, das One-Projekt in München aufgeführt wird. Und das wird mit einem Projektchor sein, wo wirklich jeder willkommen ist, dabei zu sein. Ob schon mal gesungen oder ob noch nie gesungen, das ist ganz egal. Es ist für jeden die Tür offen. Und ich habe dann Clara eingeladen, wenn sie Lust hat, auch bei diesem Konzert einen kleinen Teil zu gestalten, eventuell alleine oder auch mit dem Chor des Wandels, dann würde das wunderbar zusammenpassen. Tja, ich freue mich riesig. Ich bin so schön. Ja, es ist spannend, weil als du mich gefragt hast, war in mir sofort ein, ja klar, ich freue mich. Und gleichzeitig so etwas Unbekanntes, so eine Ungewissheit, den Chor gibt es ja in der Form noch gar nicht. Also wir sind ja gerade am Anfang und wir haben ja noch nicht so Chormäßig miteinander gesungen und dennoch, ich vertraue einfach sehr, sehr stark. Also ich vertraue dem Leben und es hat uns so zusammengeführt und ich bin einfach gespannt, was bis dahin da ist und bin da ganz im Vertrauen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ja, einfach, dass die Menschen zusammenkommen und dass wir so wirklich so Felder kreieren, die ausstrahlen. Und dass so viele, so, so viele andere Menschen davon mitbekommen und dazukommen und mit in der Energie baden und wir uns, ja und jeder, jeder Einzelne, der dazukommt, der vergrößert das Feld. Ja, genau. Oh, da kriege ich schon gar eine Gänsehaut. Ach, dieser Aspekt, dass es eben nicht darum geht, jetzt irgendwie ein perfektes Chorarrangement zu singen, sondern, also dass das nicht der Anspruch ist, sondern wirklich, dass wir als jeder, als der, der ist, da ist und willkommen ist und so wichtig ist, ja und eine Bedeutung hat für die Welt, für den Chor, für den Wandel. Und jeder darf einfach dabei sein, wenn er den Ruf spürt und mit allem, was er eben mitbringt und ich merke halt auch so, wenn wir wirklich immer mehr wir selbst sind, dann ist da einfach nur noch Fülle in uns und wenn wir die miteinander teilen, dann haben wir einfach, wir haben so einen wundervollen Raum mit so viel Gaben und Fähigkeiten und Talenten, also wir haben die Fülle pur und das auch wieder zu spüren, so, das finde ich auch einfach toll. Ja, total. Und wenn dann wirklich wir in dieser Absicht zusammenkommen und dann ein Chorarrangement irgendwie gesungen wird, dann gewinnt es ja so viel an Qualität nochmal durch diese gemeinsame Absicht. Und als ich jetzt, als 2019 haben wir ja dieses One-Projekt als CD aufgenommen und da war es eben auch so, dass alle kamen von ganz unterschiedlichen Richtungen, jeder, der sich halt gerufen gefühlt hat, dabei zu sein. Und keiner wusste, wie es wird, weil wir sind im Prinzip an dem Tag der CD-Aufnahme oder einen Tag vorher zum ersten Mal zusammen. Toll, toll. Alle zusammen. Und dann war es aber so getragen von der Energie und ich habe jetzt in den letzten Wochen auch nochmal mit vielen von den Teilnehmern gesprochen, weil ich das eben jetzt im Dezember in einigen Podcasts nochmal vorstellen werde. Und da habe ich eben mit denen eben auch so kurze Interviews geführt und alle haben das gesagt. Es war so besonders, dass wir so unterschiedlich waren und dass wir zusammengekommen sind und es war so harmonisch und das Ergebnis war so berührend, obwohl keiner von uns Profi war. Und wenn alle mit der Absicht, das ist einfach, wenn du die Absicht hast, dann wird es gelingen. Genau. Ja. Ja. Wunderschön. Ja. In diesem Sinne, also wenn du, lieber Zuhörer, dich gerufen fühlst, gemeinsam zu singen, dann kannst du, entweder in den Chor des Wandels einsteigen oder du kannst bei mir beim One-Projekt mitmachen oder bei beiden, warum nicht bei beiden. Und ja, wir stellen alle Details jetzt nochmal in die Podcast-Beschreibung rein, wie du Clara findest, wie du Chor des Wandels findest, wie du mein Projekt findest. Dann bleib einfach dran und hör dir die weiteren Podcasts jetzt im Dezember an, dann kriegst du nochmal alle Informationen. Ja, liebe Clara, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Mir kommt gerade die eine Zeile eines Liedes mir in den Sinn. Vielleicht singe ich sie auch einfach. Ja, unbedingt. Genau, diese letzte Zeile ist einfach so entscheidend für mich. Spüre ganz zum Herzen hin, gib dem Leben deinen Sinn. Trau dich ganz du selbst zu sein, lad das Glück ins Herz dir ein. Trag dein Licht weit in die Welt, denn das ist es, was jetzt zählt. Nimm dann wahr, was in dir ist, erkenne, dass du Schöpfer bist. Ja, erkenne, dass du Schöpfer bist. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und den Impuls, dass du auf mich zugekommen bist. Ich freue mich so, so sehr. Ja, ich habe gerade Tränen in den Augen, es ist so schön. Ja, und singend, singend können wir alles verändern. Singend können wir unsere Welt verändern, unsere Innenwelt und damit auch die Welt um uns herum. Und wenn wir alle unsere Innenwelt verändern durch den Klang, durch unsere Stimmen, dann können, ja, dann verändert sich automatisch diese Welt zu etwas Wunderbarem. Wir haben so viel davon selber in der Hand. Ja. Im Herzen. Genau. Ja. Toll. Dann sehen wir uns bald bei einem Wiedersingen, auf Wiedersingen. Das ist schön, auf Wiedersingen. Super. War schön. Vielen Dank fürs Lauschen, ihr Lieben. Ja, wie gesagt, du findest alle wichtigen Links, was wir jetzt hier besprochen haben, in der Podcast-Beschreibung. Sei dabei, singe mit uns für den Wandel. Und besonders auch, wenn du mehr über mein One-Projekt erfahren möchtest, ab Sonntag, jeden Adventssonntag eine neue Podcast-Folge mit Infos und tollen Geschenken, einem Gewinnspiel. Lass es dir auf keinen Fall entgehen. Und jetzt viel Freude mit dem Loslass-Lied aus meinem Album zu den Wurzeln zurück, zum Mitsingen. Und du kannst dir auch die Noten downloaden, den Link findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Ja. 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 Das Leben fließt in Harmonie, geheimnisvoll hält es in der Hand. Was kommt, was bleibt, was geht. Vertraue dich dem Leben an. Es lässt dich gewiss nicht im Stich. So sanft leitet es dich auf deinem eigenen Weg. Das Leben fließt in Harmonie, geheimnisvoll hält es in der Hand. Das Leben fließt in Harmonie, geheimnisvoll hält es in der Hand. Das Leben fließt in Harmonie, geheimnisvoll hält es in der Hand. Das Leben fließt in Harmonie, geheimnisvoll hält es in der Hand. Das Leben fließt in Harmonie, geheimnisvoll hält es in der Hand. Das Leben fließt in Harmonie, geheimnisvoll hält es in der Hand. Ausgehendes Wort, das ist, dass Jesus da umsteht. Und das Heilige Haus bringt, das in der Sonne, und mein Verbreites geht, das Wort. Ertrau dich dem Leben ab, es lässt mich gewiss nicht im Stich. So sei es, leide dich, auf deinem Weg. Lass los, lass los, überlass es dem Leben jetzt. Was kommt, was bleibt, was geht? Was kommt, was kommt? Was kommt, was kommt, was kommt, was kommt, was kommt. Ertrau dich dem Leben ab, es lässt dich gewiss nicht, gewiss nicht im Stich. Dein Tag, es lässt mich nicht im Stich. Was kommt, was kommt, was kommt. Lass los, lass los. Lass los. Lass los. Lass los. Überlasse. Überlasse, es überlasse, es überlasse. Überlasse, es überlasse, es überlasse dem Leben. Es kommt, was bleibt, was geht. Es kommt, 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 was geht.